herzlich willkommen auf den kanal strano gaming und heute schon mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde minecraft dungeons ich weiß nicht ob das neu ist aber ich glaube letztes mal standen hier nicht diese grünen feile ich weiß auch gar nicht warum hier nur die grünen feile stehen und hier bei den anderen wüsentempel und sowas keine grünen stehen auf jeden fall ist das hier so wie das ja aussieht fast das vorletzte ding was man so macht um wirklich das alles hier fertig zu haben also ich denke mal obsidian gipfel ist das letzte level ich weiß nicht was es dann noch geben soll weil ich finde gemeinten geheimen mission ja mehr nicht gibt es auch noch eine mission also ich weiß nicht warum hier das grün markiert wurde falls irgendwie das problem darstellt ich ja alle spiele auf jeden fall noch mal neu spielen aber aufs gehen dann seht ihr auf jeden normales ja wir starten die mission und legen los und wir hören mal zu was sie sie hier so labern reise nach obsidian gipfel da reisen wir hin der erz ist auf den befestigungswahl von burg hochblock geflohen aber er kann nicht weit gekommen sein beeile dich und kämpfe dich bis zum höchsten turm durch der erz und seine terrorherrschaft finden heute ein ende und manchmal für euch ist in die lautstärke leise anscheinend klingt es tatsächlich so dass das letzte level ist was ist in minecraft und man sieht auch schon dass da einige sind das ist tatsächlich schlecht ich muss niemand töten so fühlen sich hier viel zu mächtig ich habe glaube ich gerade irgendwas eigentlich gehen wir zurück kommen die auch hier hin bleiben sie mir vom live muss die leider so gehen weil anders gut ob da sollte ich noch mal zurück gehen ein ich habe irgendwas genommen so kann man hier irgendwas sein gut gehen wir mal weiter ist da irgendwas Was hat der hier? Eiga. Ja, könnte schon ein bisschen... Warum kriege ich denn so viel Schaden, ey? Ich sterbe. Okay, aber die kommen hier nicht drüber. Das ist geil. Die sind also nicht so schlockend zu kommen. Das ist doch mal was. So, gut. Danke. Der ist gerade in die Tiefe gefallen. Aber das macht nichts. So, erstmal hier ein bisschen was essen. Bam, 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 bam. So. Also ich glaube, ich werde das Finale eventuell fehlen. Könnte aber auch möglich sein, dass ihr dann nur seht, wie das halt fertig ist. Der Held ist... Wehen? Schon, habe ich ja eingeschaltet. So. Malen. Oh je, ist hier irgendwas drin? Ne. Ne, komm hier, komm hier rein. Ey, ich verliere so schnell an Level. Äh, an Leben, meine ich. Ich habe mich gerade in einem Schlag auf den Punkt gehauen. So, ein bisschen essen. Zack. Nein. Nein, nicht schlafen. Och, nö. Okay, ich glaube, ich habe alles hier erledigt. Bam, 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 bam. Yes. Ja. Go. Ey, das ist jetzt irgendwie das geilste Level, was ich... Also ich finde, dieses Level ist wirklich geil. Ja, was macht ihr denn da? Aua. So. So. Oh, yo, was? Oh, nee. Ganz schlecht. Ja. Ja. Oh, nö. Jo, natürlich. Aua. Aua. Lass mich rüber. Lass mich rüber. Aus mich rüber. Ihr habt das nicht gesehen, ja? Ey, das ist doch ein schlechter Scherz. Hilfe. So. Ja, aber jetzt auch nicht da rüber gehen, weil dann... Action, die mich... Ja, egal. Ich muss ja. Aber... Oh. Aua. 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 Bin runtergefallen. Oh, nein. Ich habe nur noch einen Leben. Gut, ich glaube, das wird wieder ein ganz langer Cut, den ich hier machen werde. So, ich nehme mir jetzt gleich direkt das Silberne und haue einfach nur drauf. Also, das muss ich aber erst mal drauf. Das muss ich aber erst mal drauf machen. Nicht, nicht von hier oben. So. Ey, was? Das ist ja Betrug. Betrug. So, ich habe wieder Früh-Life. Und jetzt einfach rein hier. Komm. So. Perfekt. Level-Aufschlieg. Hä? Und jetzt? Oh. Eben, die. Gut. ja glaube ich hier rüber das ist sehr nett vor ich habe 500 auch nö er kommt zu mir warum der ich sterb ich sterb ich sterb hier unten jungen wie viele ich muss drauf gehen ja okay das habe ich geschafft ich muss warten bis ich an mann mann als das ist wirklich ich glaube das schwierigste level was hier gibt ok let's go wir greifen an einmal die pfeile deswegen können wir hier auch ein bisschen in unsere race aua 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 du schickst aua mann was ist das denn ja komm geh doch mal weg ja 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 ich sterbe gerade so oft bin ja nie so oft gestorben geht doch jetzt mal hier alle down gehen auch ja ja komm ja 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 ich ja 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 jetzt Was? Stone Golem Oh Hilfe Kommt er bis hier hin? Ach, Scheiße Mist, 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 Mist Mist, Mist Das Ding ist, warum kann ich das nicht hier auswählen? Muss ich den Eimer schlagen? Ich bin aber nicht geschlagen Oh, ne, nein Jo, der kommt ja richtig angesprintet einfach So, komm mal hier Ja, ich hab ihn gestuckt Geil Let's go Einfacher Sieg für mich Und tot Das war jetzt wirklich einfach So Jetzt geht es nicht mehr Jetzt geht es nicht mehr Ey, mal kurz Okay, noch irgendeine Idee ist Oh, das geht ja, ey, geil Wieso Im Spiel auch noch nicht gesehen So So, ich jetzt einmal da unten hin oder was? So Oh, nein Der ist ein Magier Wird der Magier auf jeden Fall angezeigt? Keine Ahnung, wo der ist Okay, doch, hab ich So Aua So stark ist der ja gar nicht, hm? Aber Kann ich jetzt schon mal wieder alles Gehlen? Es ist mir schon mehr Agia gehen wir nicht Aua Ja Oh ich bin tot Aua so gar nichts zeigt mir an ich soll dahin aber da ist ja okay dann gehen wir doch mal hier muss ich sagen ach du einige was ist das man macht mich doch mal in ruhe nein hier leute ich mach mal kurz den cut und wir sehen uns wenn ich irgendwie am ende bin bis gleich man machen man das war wirklich das war gerade wirklich eine qual ist weiß ich nie was also junge 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 das war ein level das war auf jeden fall wenn ich jetzt noch mal kämpfen muss bin ich also dann reg ich mich nicht ich drücke drauf und oh was passiert der erz illager der feind der dorfbewohner wurde besiegt große helden haben das land gerettet und das böse vernichtet dank euch ist alles wieder gut jedenfalls vorerst okay ich habe anscheinend das level jetzt das spiel kommen durchgespielt denke ich mal ich wüsste jetzt nicht was noch irgendwie kommen könnte ich bin auch tatsächlich heute einmal gestorben ja in einmal gestorben das heißt musste einmal komplett wieder von neu anfangen habe ich aber nicht aufgenommen weil ich aufnehmen wäre natürlich so lange ist jetzt schon viel zu lang ich mache normalerweise nie 20 minuten videos aber das ist so viel gewesen da muss ich können mal gucken ob wir hier immer noch irgendwas gutes aber sonst finde ich nochmal kurz bei der mission gucken aber ja reise nach insel wie andere dimension okay also wir haben alles jetzt hier durch gespielt wir können ja mal kurz dahin reisen ich weiß aber nicht ganz genau was das heißt das sind dlc aha hier geht es anscheinend doch noch weiter wie okay also hier gibt es noch ein level und hier noch ein level vielleicht spielen wir auch mal diese level aber mal gucken wie das so ein bisschen ob ich noch bock habe dieses spiel zu spielen also ich muss wirklich sagen dieses spiel habe ich jetzt schon seit über monaten gespielt und ja es ist jetzt auch mal zeit vielleicht für etwas neues eventuell kommt noch mal diese zwei hier diese zwei level eventuell wenn ich bock habe das noch zu spielen aber es war auf jeden fall eine geile ein geiles let's play das hat ultra spaß gemacht dieses spiel zu spielen also gut es war auf jeden fall schon ein bisschen schwer alleine es gibt natürlich auch man kann auch zusammen praktisch spielen dass er gar nicht ob da die gegner irgendwie schwerer sind oder sowas aber ja also im allgemeinen hat dieses spiel auf jeden fall spaß gemacht ob ich dieses jetzt noch weiter zocke weil ich habe die spiel im prinzip jetzt durch gespielt vorerst steht jetzt zumindest in syriams ich weiß nicht das gehört glaube ich gar nicht mehr zur geschichte dazu wenn ihr bock habt dann mache ich eventuell noch diese zwei wie zwei videos wo ich diese zwei in syriams spiele aber das normale spiel habe ich jetzt komplett durchgespielt ja es war geil hat bock gemacht und ja aktiviert die glocke damit ihr auf jeden fall keine weiteren let's place mehr verpasst ja wenn es euch gefallen lasst gerne liken abo und kommentare schaut außerdem auf meinen discord server vorbei des und in der wibeschreibung verlinkt würde mich freuen wenn du drauf schauen würde da könnt ihr auf jeden fall noch ein bisschen mehr von mir erfahren ja aktiviert die glocke wie gesagt damit ihr kein video mehr verpasst ne umso schneller könnt ihr auch der erste kommentar sein ich möchte nämlich das auch bald mal eventuell so machen dass wenn jemand kommentiert also der allererste kommentar wird praktisch in den videos ja vorgelesen das heißt vorgelesen einfach gegrüßt habe ich auf jeden fall bock das zu machen ja abonnen digital auf jeden fall weil mir fehlen nur noch vier abonnenten bis ich die 500 abonnenten geknackt habe und auf jeden fall geht auch noch mal vielen vielen dank raus an euch das freut mich immer sehr wenn ich ja einfach abends mich an den pc setze und einfach sehr oh mein gott ich habe wieder abonnenten gemacht dass das ist wirklich das freut mich ich freue mich auch über jede aufrufanzahl jene likes das macht mich einfach glücklich ja auch drinnen und toll bei der sammeldung ciao ciao